Herzlich Willkommen bei Felo. Mein Name ist Manuel. Heute stelle ich euch ein neues Werkzeug von Felo vor, die Ergo XL Box. Ergo XL ist ein Viertelzoll Werkzeugsatz. Die meisten würden es Ratschenkasten nennen. Jedoch ist er viel mehr. Eine komplette Schraubwerkstatt in der robusten Felo Strongbox. Der Ergo XL enthält einen kompletten 15-teiligen Bitsatz mit allen gängigen Abtrieben und Größen, inklusive Torx und Sechskant. Weiterhin ist ein kompletter 13-teiliger Steckschlüsselsatz enthalten, mit dem man alle Schraubarbeiten erledigen kann. Natürlich muss ein Ratschenkasten auch eine Ratsche enthalten, sonst wäre es ja kein Ratschenkasten. In unserem Ergo XL ist keine herkömmliche Ratsche, sondern eine Ratsche mit der GONIC Griff enthalten. Der GONIC ist der weltweit einzige Griff, der sich der Anwender anpasst. Jede Ratsche, die ihr zu Hause habt, hat einen harten Griff, bei dem sich die Hand dem Griff anpassen muss. Bei der GONIC passt sich der Griff der Anwenderhand an, und zwar, weil er flexible Polster hat, die bei Druck nachgeben. Jetzt zeige ich euch die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Ratsche mit Stecknuss. Ratsche mit Adapter und Bit. Ratsche mit Kaderangelenk. Ratsche mit kurzer Verlängerung. Ratsche mit langer Verlängerung. Die beiden Verlängerungen haben einen zusätzlichen Vorteil. Wenn man sie nur halb in die Nuss steckt, ist ein abgewinkeltes Schrauben von bis zu 20 Grad möglich. Bleiben noch der kleine Ergonic Griff. Der Adapter für Stecknüsse. Und der Bitthalter für die Bits. Sowohl der Adapter als auch der Bitthalter passen auf jeden Akkuschrauber. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Manuel.